So, wir machen direkt mal weiter, Episode 1, Iron From Ice. Forrester Lands, The King's Road. Im Hintergrund sieht mein Jaime Lannister. Jetzt hat er endlich mal ein cooles Schwert. Jetzt können wir endlich Verbrecher jagen. Boah, Köpterschwein, 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 komm schon. Köpfis. Oh, jetzt können wir uns wenigstens mal frei bewegen hier. W-A-S-D and the Maus to look around. Dafür müssen wir hier wahrscheinlich weiter nach vorne laufen. Oh, ich will das Schwein töten. Oh. Blood. Fresh. It's fresh, fresh, exciting. Ich muss mal ganz kurz die Einstellung checken. Irgendwie klappt das hier nicht. Sieht irgendwie so verschwommen aus. Ich weiß auch nicht, warum. Wo ist die Graphics da unten? Text, Text-Check-Quality ist doch high. Gibt's nur zwei Einstellungsmöglichkeiten. Das haben wir an. Fullscreen an, Resolution scheint okay zu sein. Ja, ich hab grad irgendwie ein komisches Monitor. Vielleicht liegt's auch daran, dass etwas verzerrt wird. Aber eigentlich sollte das so passen. Ja, dann machen wir mal weiter. Oh, da ist ein Schwein. Bacon! Oh, ein Lagerfeuer. Okay. Da gehen wir natürlich hin. Mal schauen, wer sein Unwesen da treibt. Mal schauen, wer sein Auto ist. Eventuell Banditen oder sowas. Das war's. Oh. Oh no. Es ist sinnvoll sicher zu zeigen. So sieht's aus. Sölvi-Solse. So. Ist das so? Du kannst es versuchen, wenn du möchtest. Und dann werden wir dich zu den Pigs geben. Geh. Off. My. Land! Das ist Bolton Land. Lord Bolton ist der neuen Warden des Norden. Ich denke, er mag ein richtiges Lorden wie so. Geh. Nein. Ich werde diesen Schmacken haben. Komm her, du bästard. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Jawoll. Wir nehmen lieber... ...diesen Heugabel. Das hat eine größere Reichweite. Sehr schön. Jetzt die Axt. Können wir die Axt noch nehmen? Komm schon. Sehr gut. Oh, damn. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, fuck. Da war ich so langsam. Ups. Dann müssen wir das wahrscheinlich wiederholen. Valar Morghulis. Immer diese kleinen Gimmicks, die man eingebaut hat. Immer diese kleinen Gimmicks, die man eingebaut hat. Das haben wir alle. Du wolltest mich killen? Gleich falsch für alle. Oh, Mann. Oh, Mann. Sie haben sie verdient. Sie haben sie verdient. Sie haben sie verdient zu sterben. Ich habe sie versucht, zu stoppen. Ich werde die Menschen tun. Ich werde die Menschen tun. Stimmt, wir sollten das schwer zu den Forresters bringen. Ich war zu lange. Sie waren bereits tot. Bring den Meister. Wir treffen uns in der Great Hall. schnell! Zwei Wighthill-Soldier? Und ein Bolton. Sie haben meine Familie zu töten. Und für was? Meine Freundin. Sie war nur acht Jahre alt. Das hätte nie passieren können. Die Starks in der Macht. Das ist unheimlich. 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 Sie haben meine Schulden. Danke, Meister. Die Blatt hat tief. Aber ich sollte mich zu retten. Was? 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 Ich muss schon ein paar Maden reinlegen. Wir lassen dir totes Gewebe auf. Es sind dunkle Tage, die ich ges свидetzei. zu verlieren den Herr von der Haus und den Mögen, durch so ein schreckliches Akt von treachery und Betreuung. Greater Houses als Ours fallen in Zeiten wie dieser Zeit. Der Herr Herr Forrester war ein guter Mann. Und poor Roderick. Ein sehr starker Mann, aber er hätte einen guten Herr. Roderick und Herr Forrester. Wir können sie abhängen. Und attack House Frey. Jetzt ist der Zeit, um sich zu finden, nicht anstrengen. Der Zukunft dieser Haus ist in Herrn Ethan's Hand, jetzt. Nun, obwohl er jung ist und allgemein nicht bereitgestellt hat, um zu führen. Okay, das könnte ein bisschen schmerzen. Hold das für mich, bitte? Ich verstehe von deinem Freund, dass Lord Forrester schlug deine Leben. Er hat. Aber es ist ziemlich schade, dass er schlugst du, das Schwier, und nicht sein Sohn, Roderick. Es ist nicht, dass Roderick sich nicht erholt hat. Er ist so gut mit einem Schmerz wie jeder Mann, wie ich gesehen habe. Es ist ein Schmerz, dass der Citadel nicht trainiert maestern in der Art of Warcraft. Ich denke, dass ich ziemlich gut mit einem Schmerz. Roderick hat bereits fallen. Es gab nichts, dass wir tun können. Ich denke, dass Lord Forrester sich selbst schlugst, um sich zu retten, um zu retten, zu retten, zu retten, von seiner Haus. Also, ich weiß, was da ist. Ein Stuhl aus Holz, ist das nicht schön. Ich schau mal gleich, ob ich einen besseren Monitor kriege. Denn ich glaube, es liegt irgendwie an der Auflösung, dass es etwas zu schwammig wirkt. Weil das Spiel ist halt gezeichnet, aber so ultra schwammig wie in manchen Szenen ist es nicht. Das ist halt sehr komisch. Deshalb... Touch, alles anfassen. Rather cute little creatures, aren't they? I guess. Touch, touch, touch. Patsch, patsch, patsch. Bandits. Nehmen wir mal lieber ein paar Stück. Haben wir überhaupt sowas in den Winter? Oh, anscheinend schon. Healing Herbs. Ich bin ja einfach alles mit, was wir können. Da steckt sich das da eh irgendwo rein. Ich mach auch. Ich hab das was. Chos for two. Es ist eine gute Sache, was du getan hast. Bringst du das zurück zum Haus Forrester. Bei Recht, das gehört jetzt zu dem Herrn Ethan. Ich habe vielleicht falsch gemacht. Du siehst ja auch, dass du es auf die Kraft konzentrieren kannst. Mirra. Still in King's Landing, ich glaube. Although, ich wundere, ob sie sie nach Hause bringen. Ryan. Never easy being a fourthborn son. Lord Forrester. Es war ein honor to schweig für ihn. Gregor the Good. Roderick. Er war unser best warrior, by far. Hmm. Er schlagen vor dem Pferd. Talia und Ethan. Ich glaube, Lord Ethan jetzt. Asher. Exalt to Esos, unfortunately. No, you see there? You're limping again. I'm fine. Really? Uns geht's gut. Was gibt's für Fall? Können wir da rein? Ich glaube, wir müssen wieder mit ihm reden. Schauen wir uns nochmal um, vielleicht sehen wir noch irgendetwas. Nein, scheint nicht so. Gut. Das wissen wir ja schon bereits. Lord Ethan. Können wir jetzt gehen? Ich glaube, ich glaube, ihr leg wird gut sein. Ich glaube, ihr leg wird gut sein. Aber... Lady Forrester. Welcome home, Garret. Wir alle lieben, zu wissen, dass du survived bist. Danke, my Lady. Talia asked zu sehen. Garret, ich habe gehört, was passiert. Ist das wahr? No. Last thing... Sorry, wir sind leider schon vergeben. An unsere Schwester. Off to bed now. Hurry on. Garret, ich habe gehört. Sie sagen mir, wie Valiant Lord Forrester kämpft zu Ende, selbst wenn alles verloren war. Ich bin sicher, Lady Forrester würde wissen, was Sie wissen. Sie hat meine Leben, meine Lady. Doch nicht Roderick. Sie waren mit Roderick, oder? Ich bin sicher, dass es Chaos und Verwundung war. Aber wenn Sie etwas vergessen können, ich bin sicher, Lady Forrester würde wissen. Ich bin sorry, meine Lady. Ich bin sicher, Lady. Nichts kann sein, was er zu retten. Er war Haus Forrester's best. Das hat uns sehr schwer gemacht, besonders die Kinder. Aber ich habe gesagt, ich habe gesagt, Sie waren die letzte, um zu sehen, mein Mann zu leben. Ja, meine Lady. Ich weiß, es wird schwer zu erinnern, aber wenn ich mich gefragt habe, war es etwas, was er gesagt? Das dürfen wir, glaube ich, nur dem einem Mann sagen. Das heißt, sagen wir es lieber nicht seiner Frau. Mit seiner Familie. Danke, Garrett. Natürlich, meine Lady. Sie brauchen eine Antwort. Es ist zu gefährlich. Besonders jetzt. Jetzt ist es Zeit, unsere Kraft zu erinnern. Ich bin sicher, dass es zu Ethan gegeben hat. Sie sind gegen die Gresham. Duncan, das war unser Land. Sie waren unsere Leute. Sie waren unsere Leute. Ihre Familie. Sie haben unsere Familie. Ich bin sicher, Sie haben Ihre Angst, Herr Roiland. Ich bin sicher. Aber jetzt ist es nicht Zeit, um die Wacken Böden zu spüren. Nicht mit Ramsey Snow zu sehen uns, zu sehen uns, die Knee. Das ist mit Ramsey Snow, der Mann. Garrett, Sie verstehen, was das bedeutet? Sie haben einen Bolton und Ramsey Snow will seine Retriebe. Wir sind diejenigen, die zu retriebe. Das passiert auf Forrester Land. Sie haben meine Familie. Und sie werden bezahlt, was sie haben gemacht. Das ist das, ich versuche. Aber jetzt ist nicht die Zeit für die Wacken. Es ist nicht jetzt. Wann? Wir müssen uns die Wacken. Ramsey Snow wird hier in der Woche. Und was würden wir uns tun? Nichts. Ich würde uns nutzen, während sie noch an unsere Hände sind. Garrett hat so viel als jemand anderes von diesen Wacken. Vielleicht kannst du mit deinem Bein. Garrett hat genug gemacht. Du hast zu viel von dem Mann. Er hat sich gehört. Mein Papa ist richtig. Wir müssen sein. Herr Stark war und das hat ihn Also, was wird gemacht? Das ist was der Herr ist. Er ist nur ein Mann, der kann nicht eine schwarze. Er ist der Herr Und er braucht unsere Hilfe. Es ist schlecht genug, dass die Boltonen uns die Hände zu schrauben und zu schrauben. Aber jetzt, das ist... Ich werde dich auszummen, und dich auszummen. Der Junge hat sich nur zu retten. Ich habe ihn nicht für was er getan. Ich hätte das gleiche gemacht, wie ein Mann. Ich habe nichts falsch gemacht. Nicht in ihren Augen. Es ist nur die Entschuldigung, die Ramsay Snow braucht, um uns auf die Torche und um uns alle zu töten. Ich möchte sie versuchen. Ich habe Angst, dass es ein Risiko, das wir nicht nehmen können. Das ist deshalb, dass Sie nicht bleiben können. Sie nicht bleiben können? Duncan? Der Junge hat genug zu haben. Lass sie kommen. Ich bin nicht egal. Sie werden dich töten und nicht denken über das. Es ist nicht sicher für dich hier, Gareth. Es gibt nur einen Ort, außerhalb des Boltonen. Du hast ihn in der Krieg? Der Junge hat nichts falsch gemacht. Nicht in den Augen der Boltonen. Ich habe Angst, dass es die einzige Lösung ist. Especially jetzt. Wenn die Haus so vulnerable ist. Ich mache was besser für die Haus. Also werde ich gehen. Ich bin nicht Angst. Ich weiß, dass es nicht fair ist. Aber es ist das beste. Das muss da sein, dann wird es damit. Du kannst meinen Hohen. Und ich werde sehen, dass du viel Essen hast. Aber wir haben viel Zeit. Die Whtehills werden dich suchen. Ich binなく nur die Beteiligung. Natürlich sind wir sehr brav, jetzt gehen wir hoch zu der Mauer. Sehr sehr interessante Wendung auf jeden Fall. Hätte niemals gedacht, dass wir so früh zu der Mauer gelangen. Ihr eigener Onkel war ein Ranger mit der Nachtswatch. Ich werde was besser machen. Jetzt haben wir so eine leichte Pussy-Richtung eingeschlagen. Wir geben uns immer irgendwie... Wir sagen immer, ja, wir tun was nötig ist und bla. Aber das ist ja alles nur Fassade. Denn in Wirklichkeit sind wir badass motherfucker. Und sobald wir das Schwert nochmal kriegen, die schlachten wir alle ab. Das müssen wir noch sagen. Der Herr hat mir gesagt, dass die Nachbar nicht verloren kann. Der Herr sagte, dass die Nachbar nicht verloren kann. Entschuldigung, du hast mich mit Überraschung. Es ist nicht oft oft diskutiert, wenn es niemals. Was ist die Nordgrove? Die meisten wissen nicht, dass sie es existiert. Sie denken, dass es nur ein Myth, von Wildlings und Fools gemacht. Und es ist besser gehalten. Du hast nicht gesagt, jemand anderes, hast du? Das ist wichtig, Gareth. Natürlich nicht. Ich habe niemand gesagt. Gut gemacht. Der Herr Forrester hatte recht, seine Vertrauen in dich. Von diesem Tag voran, das wird unser Geheimnis sein. Aber bald, ich werde deine Hilfe brauchen. Aber ich kann noch nichts mehr sagen. Nur wissen Sie, dass die Nordgrove der Zukunft in diesem Haus sehr wichtig sein kann. Aber es geht nicht, jemanden auf der Wand. Ein Ranger, wenn du kannst. Das hilft. Oh, dann können wir aber keine Kinder mehr zeugen. Unfair. Iron from ice. Iron from ice. Iron from ice. Remember, Sie representen Haus Forrester. Ihre Aktionen auf der Wand reflektieren die Honour und Dignität des Hauses. Ich bin stark. Was sind wir doch immer. I know you will. Yarret, warte! Ach, nöööö. Oh, Oh, how cute. Be safe. Ich hab sie muss mal gleich die Unterhose wechseln. So, dann machen wir hier einen kurzen Cut bevor wir zu der Mauer gelangen. Bis zum nächsten Mal.